Ich werde immer wieder gefragt, was für ein Setup ich eigentlich nutze oder welche Komponenten ich denn nutze, was für ein Mikrofon, was für eine Grafikkarte und so weiter. Und ich habe ja vor einigen Monaten mal ein Video gemacht, wo ich mein Setup vorgestellt habe. Heute aktualisiere ich das aber mal, weil sich ein bisschen was geändert hat und es ist, denke ich, ganz interessant nochmal zu schauen, welches Equipment ich denn jetzt genau nutze. Ihr findet alle Teile, alles an Equipment, alle PC-Komponenten, die ich hier zeige, in der Videobeschreibung verlinkt. Also wenn euch das genau interessiert, könnt ihr da auch nochmal nachschauen, welche Teile das genau sind, denn hier kommt jetzt einiges auf euch zu und ich sage euch, es lohnt dran zu bleiben. Bis gleich. Bei vip-cdkdeals.com findest du nicht nur günstige Game Keys, sondern auch Keys für Microsoft-Produkte wie Office oder Windows. Solltest du für deinen Gaming-PC noch einen Windows 10 oder 11 Key brauchen, dann schau am besten bei cdkdeals vorbei, denn mit meinem exklusiven Code GHD20 sparst du 30% auf deinen Einkauf. Damit kostet dich ein Windows 10 Pro Key gerade einmal 14 Euro und mit dem lässt sich sogar auch Windows 11 aktivieren oder darauf upgraden. Sicher bezahlen kannst du unter anderem mit Paypal und nach deiner Bezahlung solltest du innerhalb von 5 Minuten Zugriff auf deinen Windows Key über dein Benutzerkonto erhalten. Ich selbst habe auch schon mehrfach Keys bei cdkdeals gekauft und diese ließen sich anschließend immer ohne Probleme in den Windows-Einstellungen aktivieren. Links zu vip-cdkdeals findest du in der Videobeschreibung. Wir starten mit meinem Gaming-PC bzw. mit meiner Testbench. Ich habe ja nur noch ein System aktuell, also Testbench und Gaming-PC quasi in einem. Was nutze ich da für Hardware? Da hat sich nicht so viel geändert seit dem letzten Video. Mein System besteht immer noch als Basis aus einem i7-12700KF. Aus meiner Sicht eine Top-Gaming-CPU, die halt auch mehr drauf hat und mit der man auf jeden Fall auch das Maximum an Performance aus allen aktuellen Grafikkarten rausholen kann. Das Ganze dann auf einem Gigabyte Z690 Aorus Elite AX-Mainboard. Das hat sich also geändert im Vergleich zum letzten Mal. Ich habe da noch geupgradet. In meinem letzten System, als ich das vorgestellt habe, war quasi noch so ein Basis Z690 Modell von Gigabyte verbaut, was ich direkt zu Release dieser Mainboard-Generation gekauft habe. Da war die Verfügbarkeit noch nicht so gut und die Preise waren auch noch sehr hoch. Ich habe mir aber das Upgrade dann in letzter Zeit mal gegönnt auf ein, wie gesagt, Z690 Aorus Elite AX. Einfach, weil es ein bisschen cooler aussieht und etwas bessere Features am Start hat. Ich kann das auch noch ein bisschen genauer zeigen, wie das alles aussieht. Als Arbeitsspeicher habe ich 32 GB DDR5 RAM verbaut. Also ich nutze DDR5 tatsächlich, aber auch da habe ich geupgradet im Vergleich zum letzten Video, als ich euch den Arbeitsspeicher gezeigt habe. Und zwar nutze ich jetzt ein 32 GB Kit von Corsair, ein Corsair Dominator Platinum Kit mit einer Taktfrequenz von 5600 MHz. Megahertz, also auch vernünftig schneller Arbeitsspeicher, sodass ich auch das Maximum an Gaming-Performance aus meinem System rausholen kann. Die Wasserkühlung hat sich nur minimal geändert. In meinem letzten Video war noch die Arctic Liquid Freezer 2 in der 360 mm Variante verbaut. Jetzt habe ich die 280 mm Variante verbaut, weil ich die zuletzt einmal getestet habe und verwendet habe. Und die ist auch von der Kühlleistung super, also steht der 360er in nichts nach und deswegen habe ich das einfach nicht mehr zurückgebaut. Sieht optisch aber auch ganz gut aus. Die Grafikkarte, mit der ich im Moment zocke, ist eine Zotec RTX 3080 Trinity OC. Die Grafikkarte habe ich ja auch separat getestet und obwohl das Custom-Modell ja ziemlich günstig ist, ist es aus meiner Sicht wirklich solide. Wenn man ein eigenes Undervolting-Profil anlegt und eine selbst angepasste Lüfterkurve, dann bekommt man diese Grafikkarte tatsächlich ziemlich leise betrieben. Und dadurch, dass ich hier eine Open Testbench habe, ist die Kühlung eh immer etwas einfacher von so einer Grafikkarte als in einem geschlossenen Gehäuse. Ich bin tatsächlich mit dem Modell ziemlich zufrieden dafür, dass sie halt so günstig ist. Das hat sich auch geändert im Vergleich zu meinem letzten Video. Damals habe ich ja noch eine Asus RTX 3080 TUF Gaming verwendet und mit der Zotec Trinity OC bin ich tatsächlich ebenfalls sehr zufrieden. Den SSD-Speicher kann man jetzt nicht sehen bei mir hier im System. Der ist unter der Abdeckung dort verbaut. Das sind zwei Kingston KC 2500 M.2 PC-Express-SSDs. Einmal mit 2TB-Speicher und einmal mit einem TB-Speicher. Damit komme ich locker aus. Ich brauche ja schon ein bisschen mehr Speicherplatz für meine ganzen Projekte, obwohl ich noch einen NAS dafür habe. Auf den ich dann alle abgearbeiteten Projekte auslagere. Trotzdem brauche ich schon ein bisschen mehr Speicher und mit den 3TB insgesamt komme ich aber aktuell noch locker aus. Das Netzteil, was meine Testbench befeuert sozusagen, ist ein Corsair RM Series 2019er Netzteil mit einer Leistung von 850 Watt. Das reicht auf jeden Fall für alle verschiedenen Testungen aus, die ich hier so mache. Ich habe da noch ein paar custom gesleevede Kabel dran. Also custom gesleeved kann man eigentlich gar nicht richtig sagen. Die bietet Corsair selbst so an zum Kauf. Sieht dann alles einfach ein bisschen schicker aus und gefällt mir optisch insgesamt ganz gut. Ich habe hier vorne noch zwei Lüfter installiert, so ein bisschen DIY-Style mit 3D-gedruckten Teilen. Das sind zwei Arctic P14 Lüfter. Die habe ich aus dem Grund verbaut, dass die Wasserkühlung auf der rechten Seite die Luft quasi unter die Testbench pustet. Und damit sich das dann nicht staut, habe ich die Lüfter vorne reingesetzt, damit die Luft nach hinten abtransportiert wird. Hauptsächlich habe ich die aber verbaut, falls ich das Gehäuse in der Hochkantposition betreibe. Das mache ich manchmal für Tests von Wasserkühlung. Dann steht das quasi aufrecht und die Wasserkühlung pustet frische Luft von oben nach unten ins Gehäuse. Damit sich die Luft dann nicht staut, die warme Luft, habe ich die Lüfter dort vorne verbaut, damit die warme Luft halt nach hinten abtransportiert wird. Und hier hinten dann an der Wand quasi aufsteigen kann. Das nennen wir es mal Gehäuse, beziehungsweise eigentlich ist es eine Testbench. Also die Testbench, die ich nutze, ist die Yonspo TB01. Bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Im Vergleich zur Testbench, die ich früher mal genutzt habe, muss man allerdings hier das Mainboard richtig anschrauben. Auf der alten Testbench war es so, dass man das Mainboard einfach draufstecken konnte. Das macht es ein bisschen komplizierter, wenn man beispielsweise CPU-Kühler oder Mainboard halt mal wechseln möchte. Ansonsten ist das Ding ziemlich groß. Da würden auch E-ATX-Mainboards draufpassen. Aber insgesamt ansonsten auch von der Optik und von der Funktionalität bin ich sehr zufrieden. Da ist die Testbench auf jeden Fall deutlich besser. Man hat hier die Möglichkeit, auf der rechten Seite Lüfter und Wasserkühlung anzubringen, wo jetzt auch meine Wasserkühlung angebracht ist. Aber auch hier auf der linken Seite hat man noch viele Möglichkeiten, Lüfter oder auch einen Radiator anzuschrauben. Also viel Flexibilität. So ist die Testbench eigentlich gedacht, dass sie so steht. Aber man kann die theoretisch auch aufstellen. Mache ich auch in manchen Videos. Ist eigentlich nicht so gedacht, aber funktioniert auch problemlos. Hält auch. Ohne Probleme ist alles stabil. Also auch mit der Testbench bin ich eigentlich ziemlich zufrieden aktuell. Kommen wir nun als nächstes zu meinem Video-Equipment. Was nutze ich da? Als Kamera nutze ich eine Sony Alpha 6400. Da hat sich nichts geändert im Vergleich zum letzten Video. Aus meiner Sicht vom Preis-Leistungs-Verhältnis eine Top-Kamera, wenn man schon eine hochwertige Video-Qualität haben möchte. Aber noch relativ kompakt und halt auch nicht zu teuer. Die bekommt man für unter 1000 Euro. Als Objektiv nutze ich mittlerweile ein anderes. Habt ihr vielleicht auch gemerkt, dass sich da der Stil von meinen Videos etwas verändert hat. Denn ich habe mir jetzt oder zu Anfang habe ich ja das normale Kit-Objektiv genutzt, was bei der Sony Alpha 6400 dabei ist, was man quasi damit kaufen kann. Aber ich habe da jetzt mal geupgradet auf das Sigma 30mm f1.4 dcdn Objektiv. Und damit sehen die Videos tatsächlich deutlich besser aus. Man bekommt ein viel besseres Bokeh hin und auch die Lichtstärke. Also man bekommt deutlich mehr Licht in das Objektiv, sodass ich viel besser mit der Beleuchtung spielen kann. Apropos Beleuchtung. Auch da hat sich was geändert. Ich habe ja damals noch, als ich das letzte Video gemacht habe, Softboxen benutzt für die Beleuchtung. Das ist jetzt ein bisschen anders. Ich habe mir jetzt LED-Beleuchtung geholt. Zwei Stück von Neva. So heißen die. Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig ausspricht. Link findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und das war auf jeden Fall eines der besten Upgrades, die ich gemacht habe. Muss ich tatsächlich ehrlich sagen. Denn diese LED-Studio-Beleuchtungen sind einfach viel kompakter, viel handlicher. Man kann damit viel mehr machen. Ist deutlich flexibler. Und so teuer sind die auch nicht. Ich habe sogar einen Akku mit integriert. Das heißt, ich habe hier keine Kabelfallen, worüber ich irgendwie stolpern kann. Und damit bin ich wirklich super zufrieden. Also das war tatsächlich eine der besten Investitionen, die ich in letzter Zeit gemacht habe, meiner Meinung nach. Also falls ihr auch irgendwie dabei seid, euch einen YouTube-Kanal aufzubauen oder ihr irgendwie Videos macht für Blogs oder Instagram, TikTok, keine Ahnung. Und ihr braucht vernünftige Beleuchtung. Da kann ich die Teile auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Wie gesagt, den Link findet ihr dazu in der Videobeschreibung. Dann habe ich natürlich auch noch ein Stativ für meine Videos. Ich filme ja immer von einem Stativ. Das ist ein Manfrotto-Element. Ist auch nicht übermäßig teuer. Benutze ich schon seit Jahren und bin ich super zufrieden mit. Hochwertig von der Qualität, von den Funktionen. Kann ich da nicht meckern tatsächlich. Und ich benutze das tatsächlich nicht mit dem Aufsatz hier oben, wo man eine Kamera festschrauben kann. Sondern ich habe noch einen Gimbal, einen DJI Ronin SC Pro Combo. Und den schraube ich hier oben rauf. Damit bin ich einfach nochmal etwas flexibler. Mit dem Gimbal filme ich hier aktuell jetzt gerade auch. Also die Kombination aus Stativ plus Gimbal kann ich wirklich auch sehr empfehlen. Das Mikrofon, was ich hier jetzt nutze für meine Aufnahme, ist ja ein Lavalier-Mikrofon. Das ist das Sennheiser XSWD Portable Lavalier Set. Wirklich gut von der Mikrofonqualität. Auch sehr geräuschempfindlich. Man muss aber tatsächlich darauf achten, dass man eine gute Akustik im Raum hat. Und das habe ich mit diesen Akustik-Schaumplatten hier gelöst, die ich überall an die Wand und an die Decke gehängt habe. Und wenn man einen Raum hat, der von der Akustik vernünftig ist, dann kriegt man aus diesem Mikrofon tatsächlich eine sehr gute Mikrofonqualität. Also eine richtig gute Audioqualität raus. Es könnte auch immer noch ein bisschen besser sein bei mir, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist jetzt, nachdem ich die Wände und Decken noch mal etwas geupgradet habe mit Akustik-Schaum, auf jeden Fall noch mal ein ganzes Stück besser geworden. Was nutze ich noch so für Equipment zum Zocken? Und wenn ich meine Videos schneide, hier meine Kopfhörer. Das sind die Biodynamic DT 990 Pro. Das sind offene Studio-Kopfhörer. Ich mag offene Kopfhörer deutlich lieber, weil man dann auch noch mal was von seiner Umgebung mitbekommt. Und ich hasse das, wenn man geschlossene Kopfhörer nutzt und dann zum Beispiel gar nicht mitbekommt, wenn irgendwie es klingelt oder wenn die Frau oder Freundin oder Mitbewohner, wie auch in was für einer Wohnsituation ihr auch immer seid, irgendwas von einem will. Das nervt mich, deswegen nutze ich offene Kopfhörer. Das Mikrofon, was ich dann so zum Zocken benutze und welches ich auch manchmal noch für Aufnahmen verwende. Ich gehe noch mal rum, damit man es etwas besser sehen kann. Das ist das Auna Mic 900B. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Hat eine extrem gute Mikrofonqualität. Ein bisschen überempfindlich. Es nimmt sehr viel Umgebungsgeräusche tatsächlich auf. Aber wenn es ruhig ist und man da vernünftig reinspricht, dann ist die Mikrofonqualität tatsächlich exzellent, muss ich sagen. Also da gibt es auch wenig zu meckern. Lediglich ein bisschen zu empfindlich ist es, meiner Meinung nach. Dann habe ich noch eine Facecam, die ich ab und zu mal nutze. Das ist die Elgato Facecam. Habe ich auch getestet. Ein Audiointerface. Ist nicht zwingend notwendig. Nutze ich aber seit einiger Zeit. Das ist das Focusrite Scarlett 2i2. Da gibt es mittlerweile auch neue Generationen. Ich verlinke da mal das Aktuellste. Das hier ist noch die erste Generation. Falls ihr euch für ein Audiointerface interessiert, ist das auf jeden Fall etwas, wo man bedenkenlos zugreifen kann. Mein Monitor in 21 zu 9, 144 Hertz Monitor von Iyama. Der G-Master GB3461 WQSU. Auch den habe ich separat getestet. Könnt ihr euch auch noch mal anschauen in dem Video. Ein vernünftiger. 144 Hertz, 21 zu 9 Monitor mit einer Auflösung von 3440 mal 1440. Bin ich auch sehr zufrieden mit. Die Qualität des Panels, was die 144 Hertz angeht, könnte tatsächlich besser sein. Aber man muss auch bedenken, dass der Monitor vergleichsweise günstig ist für einen Ultra-Wide 21 zu 9, 144 Hertz Monitor mit eben dieser hohen Auflösung von 3440 mal 1440. Mein zweiter Monitor kann ich mal upgraden. Das ist immer noch einfach ein sehr alter Acer 24 Zoll Full-HD Monitor, den man auch nicht mehr kaufen kann. Das wäre tatsächlich noch mal so eine Upgrade-Möglichkeit. Sieht so ein bisschen zusammengeschustert aus, aber reicht für meine Zwecke immer noch problemlos aus. Was habe ich sonst noch am Start? Ein 2.1 Soundsystem von Edifier. Das ist das C2XD Soundsystem. Hier mit den zwei Stereo-Lautsprechern hinter dem Monitor. Und der Subwoofer steht auf dem Boden. Das ist schon sehr lange auf dem Markt. Habe ich auch noch mal mit verlinkt unten in der Videobeschreibung, ob man das jetzt noch kaufen sollte. Da es ja, wie gesagt, schon ein bisschen älter ist, sei mal dahingestellt. Aber das nutze ich jedenfalls seit einiger Zeit und bin damit auch ziemlich zufrieden. Maus und Tastatur vielleicht noch. Ganz interessant. Als Tastatur nutze ich die Logitech G910 Orion Spectrum. Solide mechanische Tastatur, wo ich eigentlich nichts zu meckern habe. Nutze auch ein Kollege von mir, ist damit auch sehr zufrieden. Und als Maus die Logitech G502 Hero. Sehr günstige Gaming-Maus. 35 Euro kostet die nur ungefähr. Bin ich aber auch sehr zufrieden mit. Ich nutze schon seit Jahren Logitech-Mäuse. Früher die G500 sehr lange und dann jetzt die G502. Und auch damit bin ich tatsächlich sehr zufrieden. Also mehr muss man für eine gabelgebundene Gaming-Maus tatsächlich aus meiner Sicht auch nicht ausgeben. Sitze natürlich auf einem Nitro Concepts X1000 Gaming-Stuhl. Auch den habe ich mal getestet. Falls euch das näher interessiert, könnt ihr euch auch das Testvideo einmal anschauen auf YouTube. Ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit. Eine Lordose-Stütze, eine feste, wäre zwar noch ganz nett. Da gibt es nur dieses Kissen mit dabei. Aber dafür ist dieser Stuhl halt auch nicht so teuer. Der Tisch, den ich nutze, ist ein elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch von FlexiSpot. Das ist der FlexiSpot E7. Auch zudem habe ich ein Video gemacht auf meinem Kanal. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen, falls euch das interessiert. Ich nutze die Stehfunktion tatsächlich relativ selten mittlerweile. Sollte ich eigentlich mehr nutzen, aber ich bin dann doch irgendwie zu faul. Ist eigentlich nicht gut. Aber wenn ihr auf der Suche nach einem höhenverstellbaren Schreibtisch seid, den FlexiSpot kann ich auf jeden Fall empfehlen. Bin ich sehr zufrieden mit, wenn ich die Funktion dann nutze. Das läuft auf jeden Fall alles problemlos. So, ich glaube, ich habe soweit alles, was tatsächlich wichtig und interessant ist. Da hinten auf dem Schreibtisch liegt noch ein Xbox One S Gamepad. Ich habe jetzt tatsächlich kürzlich gesehen, dass man die gar nicht mehr kaufen kann. Bisschen schade, ehrlich gesagt. Denn die Xbox One oder Xbox One S ist jetzt ja auch nicht so alt, dass man da irgendwie schon den Support an Teilen, an Controllern einstellen sollte. Aber gut, es gibt jetzt halt die neuen Controller, die Xbox Series Gamepads. Da sollte man sich dann wahrscheinlich so eins zulegen, wenn man auf der Suche nach einem Controller für den PC ist. Ansonsten, das ist halt so mein Equipment. Wenn ihr da noch weitere Fragen zu habt oder so, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Habe ich vielleicht irgendwas vergessen? Dann lasst es mich auch wissen. Dann beantworte ich das noch in den Kommentaren. Aber ja, mit dem Equipment bin ich soweit eigentlich ganz zufrieden. Gaming-System mit der RTX 3080. Mehr Gaming-Performance brauche ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Da ändert sich dann vielleicht noch mal was, wenn die neue Generation rauskommt. Die werde ich ja definitiv auch testen, wenn die auf den Markt kommt. Also da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Ein Abo lohnt sich, falls ihr mehr Infos zu aktueller Gaming-Hardware sehen wollt. Ansonsten würde ich sagen, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Und ansonsten war es jetzt von mir. Ich bin raus, haut rein.